Die Lustflüssigkeit, das ist eine Flüssigkeit, die tritt aus bei Erregung, aber vor der Ejakulation, also vor dem Austritt des Spermas. Und diese Flüssigkeit ist unrein. Das bedeutet, wenn diese Flüssigkeit die Kleidung berührt, muss die Kleidung gewaschen werden. Gewaschen. Gewaschen bedeutet, Wasser fließt, nicht nur benetzt wie beim Urin des jungen Säuglings, sondern es muss gewaschen werden.